Es ist hart, wenn man Reporter ist. Aber wäre es leicht, würde es jeder machen wollen, nicht wahr? Richtig. Guten Tag, Kameraden. Wer seid ihr? Wächter für die Wahrheit? Wir sind eben sehr umtriebig. Ich bin auf der Highschool, okay? Da verändert sich manches. Ich will nicht, dass sich was verändert. Tut, was Kinder normalerweise so tun. Oh mein Gott, sind die alle tot? Ich habe gedacht, vielleicht hätte ich die wichtigste Story meines Lebens schon geschrieben. Aber das war wichtiger. In dieser Stadt gelten Regeln, die sie beachten müssen. Die Menschen haben das Recht zu wissen, ob sie möglicherweise krank werden. Dann vertuschen die das seit vielen Jahren. Oh mein Gott. Finden wir nicht raus, was die da vertuschen? Könnten alle in dieser Stadt in Gefahr sein. Wir lassen es nicht so weit kommen. Ehrlich, Hildi, du klingst wie eine Verschwörungstante, die zufällig bei uns wohnt. So konnten wir Richie finden. Er hat etwas gehört und deswegen hat man ihn entführt. Verbotenes betreten. An einem Sonntag? Aber es geschah mit den besten Absichten. Kriegen Sie Ihre Tochter wieder in den Griff. War das eben etwa eine Drohung? Wir wissen nicht, wozu diese Leute fähig sind. Die schwierigsten Storys sind die, die einem am meisten am Herzen liegen. Wir sind jung, aber wir sind nicht dämlich. Ich habe keine Angst bei Ihnen! Sie können es niemals verhindern, dass sie die Wahrheit erzählt. Die Bis zum nächsten Mal.